Herzlich willkommen im Brandstetterhof. Wir sind ein kleines Hotel. Unsere Philosophie ist klein, fein, glücklich sein. Unser Betrieb ist ausgerichtet auf Regionalität. Wir versuchen so viele Produkte wie möglich aus unserer näheren Umgebung von den Bauern zu kaufen. Wir haben unseren eigenen Jäger, der uns mit Wildbrett versorgt. Wir haben unseren eigenen Fischer. Dann haben wir unsere Bauern mit den Milchkälbern. Und wir versuchen, diese Grundprodukte in einer guten Qualität zu erhalten. Und zwar tun wir das nur mehr Salz und Pfeffern und mit den hauseigenen Kräutern, die wir selber anbauen. Wir legen da großen Wert drauf, damit unsere Vielfalt und unsere Regionalität erhalten können im Betrieb. Bei unseren Dekorationen im Haus legen wir großen Wert auf Natürlichkeit und wollen das Ganze nicht verkitschen, denn wir sind etwas anders wie die anderen. Wir sind nicht das Allwelthotel, sondern wirklich ein kleines schönes Ferienhotel.